Musik Bartosz Ossiemkowski, Polen, Volkswillen, 39 Jahre alt, 56. Verhandlungstag, 18.06.1964. Do obozu w Oświęcimiu zostałem przywieziony w 1940 roku jako 16-letni chłopiec. 15 sierpnia z pierwszym warszawskim transportem. Und wie lange ist er dort geblieben? Jak długo Pan tam pozostał? Do lutego 1942 roku. Ich blieb dort bis Februar 1942. Tak jest. Und wo sind Sie dann hingekommen? Zostałem zwolniony z obozu z grupą 50 osób. Ich wurde dann in eine Gruppe von 50 Personen aus dem Lager entlassen. Entlassen nach Hause? Ja. Nun, warum wurden Sie nach Auschwitz transportiert? Was hat man Ihnen als grund dafür angegeben? Dlaczego Pan został wywieziony? Co Panu podano za przyczynę wywiezienia? W aktach podobno jest napisane, że aresztowany w akcji przeciwko tajnym organizacjom. To była wielka, masowa akcja w Warszawie w dniu 12 sierpnia, w czasie której zostało zatrzymanych, aresztowanych w przybliżeniu chyba 1300 czy 1400 osób i 200 osób zostało dołączonych z Pawiaka, z więzienia na Pawiaku w Warszawie. In den Akten stand angeblich, dass es wegen einer Zugehörigkeit zu einer Geheimorganisation geschah. Es war eine Massenverhaftung am 12. August in Warszaw. Es waren 1300 bis 1400 Personen damals verhaftet worden und dazu kamen noch 200 Personen aus dem Gefängnis in Pawiak in Warszaw. Nun, nachdem Sie eingeliefert worden sind in Auschwitz, hatten Sie zunächst verschiedene Kommandos durchzuführen und sind dann schließlich als Torwächter im sogenannten Krankenbau im Block 21 gekommen. Tak jest. Und nun erzählen Sie uns, was Sie da erlebt haben und wann Sie auf Block 28 gekommen sind und wann Sie Klär zum ersten Mal kennengelernt haben. Ja, 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 ja. Może Pan, would you like, opowiedzieć, co Pan widział i co Pan przeżył na Bloku 21, gdzie Pan był odzwierny? Tak. Kiedy Pan przybył do Bloku 28 i gdzie Pan poznał Kliera? Also, w sierpniu czy wrześniu 1941 roku doszedłem do takiego stanu wyczerpania, że ważyłem wówczas 36 kilo. Ja. Im August, oder September 1941, befand ich mich in solchem zustand, gesundheitlichem zustand, so abgezehrt, dass ich bereits nur noch 36 kilo wog. Mam zresztą z tego okresu przy sobie zdjęcie z Kartoteki Oświęcimskiej, które mogę Sądowi przedłużyć. Ich besieße übrigens aus dieser Zeit ein Bild von mir aus der Kartei in Auschwitz und ich bin in der Lage, wenn das Gericht wünscht, dieses Bild vorzuzeigen. Dankeschön. Nun, dann kamen Sie im September 1941, kamen Sie als Torwächter zum Krankenbau. Tak, więc to było tak. Najpierw wtedy, ponieważ doszedłem do stanu kompletnego wyczerpania, zgłosiłem się do ambulatorium i wtedy w ambulatorium akurat pełnił służbę doktor Dimm. Da ich in einem Zustand der vollkomne erschöpfung befand, habe ich mich als kranker natürlich in der ambulanz gemeldet. dort war gerade Dr. Dimm zugegen. Tak, einen kleinen Moment. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehmen, zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts nicht etwa zu veröffentlichen? Czy zgadza się Pan na to, że zeznanie Panu było wzięte na tachmy magdanofonowo? Proszę bardzo. To nie jest dla ujawnienia czy ogłoszenia, tylko dla pomocy Sądowi. Proszę bardzo. Bitte sehr. Ja. Sie kamen also zu Dr. Dimm, und zwar auf welchem Block? Ich kam damals in den Block 28. Dort melden sich nämlich die Arztvormelder und ich habe mich dort in der Ambulanz gemeldet. Ist das richtig? Denn das war doch immerhin im September 1941, nicht? Sagten Sie. To było, wie Pan powiedział, Wrzesień. Sierpień albo Wrzesień. Sierpień albo Wrzesień chyba. August oder September etwa. W każdym razie jesienią. Und da war bereits Block 28 in Betrieb? Wtedy już pracował już Block 28? Nie, nie. Więc na 20 bloku odbywało się przyjęcie chorych więźniów. Na 20 czy na 28? Na 28 bloku. Czy już wtedy pracował? Nie, nie pracowałem. Zgłosiłem się do Ambulatorium jako chory. Czy Block 28 już wtedy pracował, znaczy już działał, już istniał? Tak jest, tam był szpital i tam było Ambulatorium, w którym przyjmowani byli chorzy. Jawohl, der Block 28 existierte bereits und war im Betrieb. Dort hat man die Kranken aufgenommen. Wtedy, kiedy przyszła moja kolejność, kiedy doszedłem do doktora Dima, który, prawda, przyjmował, dostałem torsii i zemdlałem. Straciłem przytomność. Als die Reihe an mich kam und ich vor dem doktor Dima stand, erbrach ich mich und wurde bewusstlos. Ponieważ byłem młodym, szesnastoletnim chłopcem, doktor Dima zaopiekował się mną w ten sposób, że po zbadaniu mnie i tak dalej skierował mnie do rentgena, w którym pracował doktor Gawarecki, głuchy lekarz z Lublina, który później został rozstrzelany na jedenastym bloku. Da ich ein 16-jähriger Junge war, hat doktor Dima mich in seinen Obhut genommen, und zwar auf diese Weise, dass er mich zur rentgenaufnahme geschickt hat. Dort hat ein doktor Gawarecki aus Lublina, ein taub, der taub war, gearbeitet, der übrigens später ermordet wurde. Ja, das ist. I przy dokonaniu prześwietlenia okazało się, że mam w prawym płucu naciek gruźliczy. Kawerne? Naciek. Naciek tylko. Naciek, ale już serowe ciały, taki do wypadnięcia. Przepraszam. Bei der Röntgenaufnahme hat sich herausgestellt, dass ich in der rechten Lunge ein tuberkulösen hert habe, das bereits verhärtet war. Und? 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 Dann, auf diese Weise. Und deswegen haben die Ärzte, dr. Gawarecki, dr. Okoński und dr. Dima mich in ihren Obhut genommen, und haben mich zuerst auf den Block 21 gebracht. W okresie chyba jakiegoś trudno im w tej chwili sobie przypomnieć, ale to było chyba z miesiąc czasu, zanim zostałem Torwechterem. Es war eine gewisse Zeit lang vergangen. Ich glaube, das war ein Monat. Und erst dann wurde ich der Torwechter. Und eben ein paar Malenpunkte und natürlich. Du hast Takegel sulfore for acceso. Als Kranker erlebte ich bereits einige Arztbesuche, und zwar Arzt mit Claire zusammen. Während diese Arztbesuche wurden einige Kranke ausgesucht und es hieß damals zu untersuchung weggeholt. Man sprach damals noch nicht ausdrücklich von den Selektionen, aber es wurde bereits gesprochen davon, dass manche von diesen Leuten nicht mehr zurückkommen. Nach einem Monat, nachdem ich ein wenig zu Kräften kam, wurde ich als Torwächter auf den Block 21 eingesetzt. Und da kam ich unmittelbar, das heißt persönlich, in berührung mit dem angeklagten Claire. Wprawde, to, co w tej chwili powiem, nie ma znaczenia dla samej działalności Claire'a, polegającej na uśmiercaniu, ale jego stosunek osobisty do mnie w pewnym sensie może scharakterizować jego mentalność. Obwohl das, was ich jetzt sage, nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit des angeklagten Claire steht, und zwar die Tätigkeit, das war die Tötung der Menschen, aber ich glaube, das ist interessant, um diese ganze Persönlichkeit des angeklagten Claire überhaupt zu charakterisieren. Es geht mir damals dabei um sein persönliches Verhältnis mir gegenüber. Also mehrere Male, fast kann ich sagen, als Regeln. Jedes Mal, wenn der angeklagte Claire von dem Block 21 auf den Block 28 ging, misshandelte er mich, obwohl eigentlich das Pflegepersonal nicht misshandelt wurde. Aber wenn kein Arzt dabei war, hatte er die Möglichkeit, mich zu misshandeln, und das tat er auch. Das war nicht immer, sagen wir, sehr schmerzhaftes Schlagen. Aber das war jedes Mal zumindest ein Schlag im Gesicht, entweder mit der Handschuhe, mit den Handschuhen, die er in der Hand hielt, oder mit der Hand, mit der bloßen Hand. Und es geschah oft, dass ihr mir... Befall in die Ecke mich zu stellen beim Eingang und schlug mich in den Magen, in den Magengrube. Und wenn ich mich dann vom Schmerz krumte, dann bekam ich noch ein Schlag in den Kiefer. Ein Tag, er hatte wahrscheinlich etwas mehr Zeit, da hat er mit mir so einen typischen SS-Mann-Spiel getrieben. Er kam ganz freundlich auf mich zu, klopfte mich auf die Schulte und fragte, hast du Angst vor mir? Aber in freundlicher Weise. Ich sah, dass er lächelt und dass er nur Scherz treibt und antwortete dann daraufhin, nein, ich habe keine Angst. Er befall mir dann mit ihm auf die Stube, ich glaube, das war die erste Stube links zu gehen, immer noch mit dem Lächeln und er befall mir meine Hose runter zu lassen und mich hinzulegen. Er kam einen Besen, der in der Ecke stand, immer noch mit Lächeln, und dieser Besen hatte einen dicken Stiel und schlug mich damit. Beim ersten Schlag habe ich immer noch gedacht, dass er nur Spaß macht. Dann fing ich an zu schreien. Dann hörte auf zu lachen und sagte, dann siehst du, das sind Folgen dessen, dass du keine Angst vor mir hast. Als ich wiederum von Claire geschlagen hatte, wurde, also einen Schlag in die Magengrube bekam und so ein Laut vor mir, Schmerzenslaut vor mir gab, kam Dr. Endres aus einem Operationssaal, es war gerade eine Operation im Operationssaal auf dem Block 21, herausgelaufen, er hatte noch die Handschuhe an und er intervenierte dann und beschimpfte den angeklagten Claire. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für Zeitpunkt war, als ich aus dem Block 1, in den Block 28 überging, aber das wollte ich noch etwas berichten, als ich noch auf dem Block 21 als Torwächter eingesetzt war, da befand sich dieser Block 21 gegenüber der Effektenkammer und dort in der Effektenkammer waren die Duschräume. W tym czasie już w obozie byli jeńcy, radzieccy, jeńcy. Damals befanden sich bereits im Lager die Sowjetischen Kriegsgefangenen. Stojąc od pierwszego gongu porannego, aż do wieczornego gongu na bramie, obserwowałem przez… Pan stał na bramie? Tak, na bramie 21 bloku. Obserwowałem wielokrotnie, jak z lagru jeńców pędzili grupami powiedzmy po 200, 150, 100, 300 z obozu jenieckiego do efekt kamer, gdzie byli kompanii i nago później byli pędzeni koło bloku 21, ponieważ wówczas to był ostatni blok w tym rzędzie, byli pędzeni na Block 11 pod ścianę śmierci na rozstrzał. Wielokrotnie. Als ich dort am Tor des Blocks 21, vom ersten Gong an, bis zum Abendappell, stehen musste, sah ich oft, wie die Kriegsgefangenen, die sowjetischen Kriegsgefangenen, ungefähr 150 bis 300, manchmal 100 Personen, nackt aus dem Kriegsgefangenenlager in die Effektenkammer, ich glaube, das war Effektenkammer und keine Bekleidungskammer, doch, das war Effektenkammer, getrieben wurden. Und von dort aus, an den Block 11, sie wurden nackt von dem Block 27 auf den Block 11, aber dadurch, dass der Block 21 der letzte in der Reihe war, wurden sie vorbei getrieben, so, dass ich sie sehen konnte, wie sie an die Schwarze Mauer zu erschießung getrieben wurden. Tym bardziej, jeszcze byłem bezpośrednio, powiedzmy, włączony w tę sprawę, że koło Blocku 21 był trawnik, przez który pędzeni jeńcy radzieccy na rozstrzał po prostu biegli całym hurmem przez ten trawnik, deptali trawę. Kiedy ta trawa była zdeptana, ja wówczas dostawałem od Klara po twarzy. Ich war insofern so eng mit dieser Angelegenheit verknüpft, dass die Kriegsgefangenen, die am Block 21 vorbeiliefen, durch einen Rasen, der gerade vor dem Block 21 war, vorbeiliefen und dieses Gras wurde dann vollkommen niedergetrampelt. Und dafür, dass das Gras niedergetrampelt wurde, bekam ich von dem Angeklagten Claire Ohrfeigen. Ja wtedy stawałem na narożniku trawnika, zasłaniając w ten sposób trawnik rękami, a oni przebiegali przede mną na Block 11. Ich stellte mich dann deswegen vorne vor der Grasfläche und breitete die arme aus und verhinderte auf diese Weise, dass die Kriegsgefangenen durch die Grasfläche laufen, so dass sie dann an mir vorbei weiterlaufen mussten. Mit dieser Gruppe war jedes Mal einer von den SS-Männern oder der Rapportführer Palitsch und eventuell, wenn jemand anderes die Gruppe geführt hat, dann ging nur Palitsch daneben und irgendjemand von der politischen Abteilung. Ja. 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 Oder ging mit ihnen der Rapportführer Palitsch oder jemand aus der politischen Abteilung und dann wurden sie wahrscheinlich mit Genickschuss getötet, weil die Schüsse dann in bestimmten Abständen und leise geschahen. Konnten Sie irgendwann einmal eine derartige Erschießung sehen? Die Exekution selbst habe ich nicht gesehen, ich sah aber die lebenden Menschen, die hineingingen und ich sah auch, wie die Leichen später hinausgetragen wurden. Wissen Sie, ob sich einer dieser Angeklagten hier an diesen Erschießungen beteiligt hat? Wissen Sie wissen, dass jemand von diesen Angeklagten hier teilgenommen hat? Ich bin nicht sicher, aber ich bin nicht sicher, dass es zu sagen, dass ich das, was ich selbst gesehen habe, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, aber ich weiß, dass es um Sztark zu sprechen war. Ich war nicht dabei, also ich bin dessen nicht sicher. Und da das Gericht mich belehrte vorher, dass ich ja unterscheiden muss, das, was ich selbst gesehen habe und was ich gehört habe, dann möchte ich betonen, dass man davon sprach, dass Stark dabei gewesen ist. Aber von Claire haben Sie nun persönliche Eindrücke gehabt und Sie haben ihn persönlich auch gekannt und Sie haben gesagt, dass wiederholt Selektionen stattgefunden hätten, und zwar durch einen Arzt in Bekleidung von Claire. Sie haben gesagt, dass Herr Klär zu kennen, wo man selbstverständlich wissen will, weil er sehe, dass ich sicher eine Liegeklagten erbaut habe, und zwar sie hat dort war. Ja, warum ich meine dueg紹介ie werden kann, ich möchte sagen darüber auch diese Dinge, die ich selbstentiere gesehen habe, dass ich selbstverständlich nicht officers vollständig mit der Klärer sehen kann. Da kann ich gerade sagen, meine Bekleidung, möchte ich auch andere Sachen berichten, die nicht unmittelbar mit der Person des Angeklagten Claire zusammenstehen. Ja, aber ich bitte nur insoweit, als es sich um Angeklagte dreht, die hier in diesem Verfahren angeklagt sind. Ale proszę tylko w związku z tymi Oskarżonymi, którzy są tutaj w tym procesie postawieni. Tak, rozumiem. Ja nie mówiłem o poszczególnych wypadkach okruciństw, stosowanych przez SS-manów i przez funkcyjnych, obozowych, powiedzmy, różnych kapoblokaltesterów. O tych rzeczach nie mówiłem, ale na temat zagłady jeńców radzieckich mówię dlatego, ponieważ to jest masowy mord, prawda? Ich habe von den einzelnen misshandlungen, die von den SS-leuten, Funkzionsheflingen, kapos usw. gemacht wurden, von denen habe ich ja nun nichts gesagt. Ich habe aber von der Vernichtung der sowjetischen Kriegsgefangenen gesprochen, weil das eine Massenvernichtung gewesen ist. Ja, aber wir wollen von Ihnen, oder uns interessiert in erster Linie von Ihnen zu hören, ob Sie irgendetwas gesehen haben, was diese Angeklagten, die hier uns zur Verurteilung, vorgestellt sind, ob diese Angeklagten etwas getan haben, was in ihren Augen etwas unrechtes war. Wir interessieren uns in der Zeit nur die Dinge, die durch die Angeklagten, die sich hier befinden, die in Ihren Augen sind verurteilung. Ja, deswegen meine grundsätzliche Angeklagten, die ich weiterentwickeln werde, werden von Clare beteiligt, die von Clare beteiligt werden, deswegen der Hauptmotiv meiner Aussage, die ich jetzt weiter fortführen möchte, bezieht sich hauptsächlich auf die Person des Angeklagten Clare. Ja, bitte schön. Więc jeszcze wracając, to jeszcze poza tym, że byłem w tym okresie, w tym czasie było pierwsze gazowanie, pierwsze gazowanie na bloku 11, w którym było kilkuset jeńców radzieckich i 200 albo 300 chyba Polaków wyselekcjonowanych z Krankenbaus, oddziału tyfusowego i gruźliczego, wśród nich również mój profesor, gimnazjalny został zagasowany w tej Grupie i widziałem oczyszczanie później bunków. Ja, in dieser Zeit, möchte ich gerade betonen, fand die erste Vergasung auf dem Block 11 statt. Bei dieser Vergasung wurden einige hunderte von sowjetischen Kriegsgefangenen und auch etwa 200 Kranke, die aus den Typhus- und tuberkulösen Abteilungen ausselektioniert wurden, vergast. Darunter befand sich auch ein Studienrat von mir. Wann war das ungefähr? Kiedy to było mniej więcej? To był albo początek, trudno pamiętać dokładnie, prawda, daty, ale wiem, że to był albo wrześni, albo październi. Das ist so sehr schwer, jetzt das genaue datum anzugeben und mich daran zu erinnern, aber ich glaube, das war September oder Anfang Oktober. 1900? Którego roku? 1941. Tak, więc przechodząc teraz do osoby Klera. Poza, powiedzmy, Pan nie zu kończył. Pan powiedział o tym, czy Pan widział, jak drucke były wnoszone? Tak, tak, no więc widziałem, prawda, samogazowanie i później, prawda, oczyszczanie bunkrów i wywożenie zwłok. Ich habe die Vergasung selbst gesehen und auch dann, nie, sam nie widziałem gazowa, samego gazowania nie widziałem. Samogazowania nie widziałem. Widziałem, po gazowaniu, wynoszone, oczyszczane z bunkra, zwłoki. Ich habe die Vergasung selbst nicht gesehen, ich habe nur die Entleerung des bunkers gesehen, wie die Leichen aus dem Bunker ausgetragen und fortgebracht wurden. Tak. Und jetzt zur Person, Teraz już przejdę do osoby Klera. Gdzieś chyba w miesiącu, albo październiku, albo w listopadzie, też tego dokładnie nie potrafię powiedzieć, 41. roku oczywiście. Das war in Oktober oder November 1941. Genau kann ich so schwer angeben. Zostałem przeniesiony do tak zwanej brudnej sali operacyjnej, to znaczy brudnej, dlatego, że tam się odbywały operacje tego rodzaju, jak powiedzmy ropne. Flegmony, różne, prawda, czy raki. Ja, zu dieser Zeit wurde ich in den sogenannten schmutzigen operationssaal versetzt. Schmutzig nannte man den sal, weil man dort eitrige operationen durchgeführt hat, phlegmonen und eitrige geschwürze. A zesepti się, słuchaj, nie? Ja. Wejście do tej do tej sali operacyjnej było vis-a-vis wejścia do ambulatorium, gdzie było aufname, gdzie odbywało się przyjęcie lekarskie. Der eingang zu diesem sal befand sich gegenüber der ambulanz, also des raumes, in dem sich die aufnahme durch den arzt von Staaten ging. Operacje, te normalnie przeprowadzane operacje, prawda, na chorych, normalnie, nie dla żadnych ubocznych celów, ale normalnie przeprowadzane operacje robił dr Dering, przeprowadzał dr Dering i to było różnie bądź chorzy byli, prawda, usypiani z chlorytylem, bądź też bez usypiania byli operowani. Ale to chodzi o chorych w tej chwili jeszcze. In diesem operationssal führte dr Dering die normalen, also richtigen operacjonen ohne irgendwelche nebenzwege und die kranken wurden oft mit chlorytyl eingeschlefert. Wer war dr Dering? Ein heftlingsarzt oder ein arzt SS? Kto? Dr Dering? To był więzień? Czy to był lekarz SS? To był lekarz SS. O ile ja pamiętam, to był chyba z mojego transportu. Das war ein heftling. Soweit ich mich erinnerę, war er auch aus meinem transport. To był lekarz z Warszawy. Das war ein arzt aus Warschau. Zresztą w 1941 roku, w grudniu nawet, przyszła wiadomość, że jego żona została również w Warszawie aresztowana przez Gestapo i osadzona w więzieniu na Paviarku. Übrigens, im Dezember 1941 kam eine Nachricht, dass seine Frau, also von diesem arzt, auch verhaftet wurde. Töch lekarz. Ona to była też lekarzem. Die Frau von ihm war ebenfalls ärztin. Sie wurde verhaftet und auf dem Gefängnis in Paviark. Zresztą, prawda, wiem, że on był z Warszawy też. Deswegen weiß ich, dass er ebenfalls aus Warschau stammte. Tak, więc moja rola polegała na tej sali operacyjnej, moje czynności polegały na tym, że od pierwszego gongu eine obchut haben musste. Also die tätigkeit bestand im Einzelnen daraus. So, Pan Satschow i nie skończy, więc na czym polegała Pana Dziewalna? Aha, więc polegała na utrzymywaniu czystości tej sali, na czyszczeniu, zesterilizowaniu, powiedzmy, wycieraniu i przechowywaniu narzędzi chirurgicznych, leków. Tak, also ich musste den saal in Ordnung halten, die chirurgischen Instrumente sterilisieren, zauber halten, die medikamente unter mir haben. A także przy operacjach bandażowałem chorych, bandażowałem nogi, ręce i tak dalej, znaczy miejsca operowane, bandażowałem przykładające opatrunki. Und ebenfalls bei den operacjonen hatte ich die verbände aufzulegen, auszuwechseln. Podawałem narzędzia Deringowi w czasie operacji. Ich reichte während der operacjonen dem Dering chirurgischen Instrumente. Praca ta po rocznym okresie, po przeszłorocznym okresie pracy w komandach pod gołym niebem, a co były takie komanda pod gołym niebem, to wiedzą ci, którzy byli w Oświęcimiu, to ta praca na warunki obozowe była bardzo dobrą pracą, bo była w cieplej czystości. Tak, więc jeśli chodzi o urządzenie sali operacyjnej, to na środku tej sali stał stół ambulatoryjny, na którym właśnie, co będę mówił w dalszym ciągu, były uśmiercone ofiary Klera. Z prawej strony, jak się wchodziło od drzwi i po prawej stronie od stołu operacyjnego stała szafka. Jak się wchodziło w drzwi, to na wprost, jak się wchodziło. Żeby była tablica, ja bym mógł narysować. Właśnie ten stół, a po prawej ręce po prawej ręce tak jak tam stała szafka ambulatoryjna oszklona, w której właśnie w butli ze tak zwanego piwnego szkła w brązowej pękatej butli stał normalnie fenol. i w początku jest okresie 28 w operacyjnej operacyjnej w tym tach w brąle w tym sogenannten schmuzigen Als ich in diesem Saal zur Arbeit kam, hat man das Fenol noch nicht für Tötungszwecke benutzt. In dieser Saal waren auch, außer anderen Medikamenten, veröffentlichten Mittel für Tötungszwecke. Unter ihnen war auch Evipan, in fünf oder sechs Pudeln. Unter anderen befanden sich dort Tötungszwecke und unter ihnen Evipan. Kilkakrotnie było tak i tu się zaczyna już konkretna historia, że byłem wypraszany przez Klera z sali operacyjnej i byli doprowadzani do sali operacyjnej więźniowie bądź z ambulatorium, bądź też z sąsiedniej sali, która była salą flagierską. Also es war oft so, dass ich von Klera aus dem Saal herausgeworfen, ja gewiesen wurde. Und in dem Saal wurden dann verschiedene Kranken gebracht, sei es aus dem ambulatorium, sei es aus seinem Nebenzimmer, dem sogenannten Pflegerzimmer. Ja. Byłem po, powiedzmy, dwóch godzinach czy godzinie, byłem z powrotem wołany do sali operacyjnej. Nach einer oder zwei, beziehungsweise zwei Stunden wurde ich wiederum in den Saal gerufen. Und da hatte ich die Spritzen und die leeren ampullen, Evipan ampullen wegzuräumen. Uśmierceni więźniowie byli, odbywało to się w ten sposób, że do bloku 28 było również boczne wejście z podestu, wchodziło się do, bądź na pierwsze piętro, bądź też do piwnicy, gdzie była trupiarnia. Z ulicy, wchodziło się. Nie, to znaczy tu od strony drutów. Od strony drutów, zza bloku. To był ostatni blok, wżeńdzie. Im blok 28 befand sich ein nebeneingang von der Seite des Dratzauns. Und man konnte durch diesen Eingang entweder in den ersten Stock oder in den Leichenkeller hinuntergehen. Tak, tak. Więc nosze tragi, na których byli wynoszeni, uśmiercani więźniowie stały za załomem muru przy tamtym wejściu, przy wejściu znaczy do... Bocznym. Tak, przy tym bocznym wejściu, za załomem muru tak, żeby więźniowie, ci, którzy przechodzili do uśmiercani, znaczy do sali operacyjnej, na, znaczy tą... Tak, na uśmiercanie, żeby nie widzieli, prawda, całej momentu wchodzenia truponoszy do sali operacyjnej i wychodzenia, prawda, obciążonych z ulicaniem. Sie standen hinter der Mauer, versteckt, so dass diese Kranken, die hineingingen, um getötet zu werden, die Leichenträger und wie sie die Tragbaren hineinbrachten, nicht sehen konnten. Tych dwóch Leichenträgerów było o tyle znanych w obozie, prawda, że stanowili oni bardzo charakterystyczne postacie i to były takie bardzo kontrastowe postacie. Obojski był wysoki, bardzo wysoki, tęgi, dobrze zbudowany młody mężczyzna, natomiast Teofil, którego niestety nazwiska nie pamiętam, był mały, niziutki i pamiętam, że miał wszystkie przednie zęby, prawda, miał złote. O tyle to było charakterystyczne, że kiedy oni nieśli, byli silni zresztą, zwłoki nosili na tych tragach, to zwykle szedł obojski, szedł pierwszy, ten wielki, prawda, a ten mały szedł z tyłu, także normalnie, prawda, te tragi były zwykle, prawda, przechylone. Stąd te postacie mi się utrwaliły w pamięci, były znane w obozie zazenu na kontrast. Obojski był bardzo ważny. Obojski był bardzo ważny, bardzo ważny, bardzo ważny. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jak powiedziałem, później potrudno mi powiedzieć, jak długo trwało stosowanie EWIPAN-u, czy to było, to jest jednak okres czasu dzielący długo. W każdym razie przypuszczam, że to gdzieś po miesiącu, półtora jeszcze było stosowane uśmiercenie EWIPAN-em. Słyszałem... Później było tak, że wyselekcjonowani, bądź przez lekarza obozowego, bądź też bezpośrednio przez Klera więźniowie, byli uśmiercani później EWIPAN-em, stąd zresztą to wiem, że... EWIPAN-em? Nie EWIPAN-em, a tym fenolem. Stąd wiem, że Klera, jak wchodził do sali, kazał sobie wyjmować tą butlę z fenolem, szykować strzykawkę, przeważnie jedną strzykawkę albo kilka strzykawek i igły, którymi normalnie były dokonywane, prawda, punkcje robione były, prawda, w obozi i tak dalej. Te, które były stosowane do samej igły do leczenia. . D hjälptów wytmожно, że TERZta praca zanów, który wtrzył zręcznym odmieniem. Małyszykta, że nie mooi, że te przeryguestały odmienieniem, że dościa zanów, z zanów, że nie małyszyk z zresztą, sprawą na nacht ήmig, i że wałym winy, że na wodzie po śmieckie, nie małyszyko po praktychuziołoby i nozle siebie pos равноisać. Gewöhnlich verlangte er eine Spritze und manchmal einige Spritzen vor, bereit zu halten. Und die Nadeln, die normalerweise für Funktionen und andere Zweckkraften. Haben Sie einmal einer solchen Tötung beigewohnt? Bezpośrednio nie, weil wir uns die Tötung beigewohnt haben. Dering und andere haben mir jedes Mal befohlen, vorzugehen, und zwar wahrscheinlich aufgrund meines jungen Alters. Ich war ja doch 17 Jahre alt damals. Ja, natomiast o tyle mogłem śledzić przebieg tego, że nie mając co robić, albo siedziałem z więźniami, którzy czekali w sąsiedniej sali, którzy czekali, prawda, na szpilowanie. Rozmawiałem z nimi dokąd ostatnio... Nein, nein, der Satz ist noch nie beendet, Herr Vorsitzender. Immer noch nicht. Nein. Ich pan zda nie do kończy. Więc pan siedzialem albo w sąsiedniej sali, gdzie więźniowie czekali na szpilowanie. Tak, dokąd ostatni z więźniów nie został doprowadzony, prawda, do Klera. Ich konnte den Verlauf dieser Aktion insofern genau beobachten, dass ich im Saal, im Nebensaal saß mit den Häftlingen zusammen, die auf ihre Abspritzung gewartet haben, bis der letzte von diesen Häftlingen in den Operationssaal dem Klera vorgeführt wurde. Tak, jak już mówiłem poprzednio, więźniowie, którzy byli zapisywani do ambulatorium, nie wiedzieli, czy to jest normalne badanie lekarskie, prawda, i czy wrócą, czy też mieli obawy, kiedy rozmawiałem z nimi, oczywiście mieli obawy, czy to jest na pewno normalne badanie. Wie ich bereits gesagt habe, wussten die Häftlinge, die fürs Ambulatorium ausgesucht wurden, nicht genau, ob es sich um eine normale Untersuchung handelt, ob sie nun nicht mehr wiederkommen. Wie sprach ich darüber mit diesen Leuten, die im Zimmer saßen? Niestety, no, wprost nie, nie mogłem mi powiedzieć, jaka ich kolei. Leider konnte ich einfach denen nicht sagen, was sie erwartet. Wie die, i tak nie mogłem im nic pomóc, ich konnte ihnen doch sowieso damit auch nicht helfen, wenn ich ihnen gesagt hätte. Ja, wissen Sie, wie oft derartige Tödung mit Phenol stattgefunden haben? Czy wie Pan, jak często miały miejsce zabijanie Phenolim? To było różnie. Były tygodnie. W każdym razie... Nie było tygodnia takiego, w którym nie byłoby. Es gab jedoch keine Woche, während der keine Tödung stattgefunden hat. W jakim okresie czasu? Tak jak powiedziałem, dokładnie, czy to był październik, czy listopad, to nie, tak, tak, gdzieś październik 41, do luty, do luty 42. Also wie ich bereits gesagt habe, ist es mir schwer genau anzugeben. Also oktober, november etwa 41, bis februar 42. W tygodniu to było dwa razy, trzy razy. Być może, że były nawet i takie przypadki, że był jeden. W każdym razie, że było powiedzmy jeden, ale średnio można liczyć dwa razy w tygodniu, na pewno. Z całą pewnością. war es zwei bis drei male, manchmal auch einmal, aber in durchschnitts, ganz bestimmt, kann man von zweimal in der Woche sprechen. Wie viele Leute waren damals betroffen jeweils? Ilu, mniej więcej, było zabitych każdorazowo? To były liczby różne, ale w każdym razie od kilkunastu. To znaczy mniej więcej? Od kilkunastu, no gdzieś powiedzmy dwanaście, piętnaście, o gdzieś trudno to określić, do powiedzmy trzydziestu. Do trzydziestu. To są liczby oczywiście w przybliżeniu. Das ist schwer, eine genaue Zahl anzugeben. Das ist natürlich nur ungefähre Zahl, eine Waagezahl, so von zwölf, 15 bis 30 etwa, jeweils. Każdorazowo. Tak, każdorazowo. Jeweils. Nun, haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass Claire diese Spritzen selbst verabreicht hat, oder ist es möglich, dass er sie durch andere Häftlinge hat verabreicht lassen? Czy ma Pan podstawy do przypuszczenia, że Claire sam dokonywał zabicia, czy też istnieje możliwość, że zabicia dokonywał ktoś inny? Więc z reguły to był Claire sam, ale były przypadki takie, że był z nim, on był flagierem, zdaje się, na oddziale tyfusowym Pańszczyk, że był z nim razem, w tej sali był obecny przy tym, ale czy wówczas to robił Pańszczyk, czy robił to Claire, tego nie mogę powiedzieć. W każdym razie, te przypadki, które ja widziałem, nie było nigdy tak, żeby Claire tam nie był, żeby był sam więzień przy tej zabiegle. Nie ma wówczas. Właściwie w tym czasie, bo był z nim razem, w tym z nim zimieśmieniu, z nim zimieśmieniu, że w tym tyfusowym, panczek, nie mogę powiedzieć, czy nie, czy w tym zimieśmieniu, czy to był zimieśmieniu. Właściwie, że w tym zimieśmieniu, w tym zimieśmieniu, że Claire nie była w tym, że nie było zimieśmieniu, że tylko w tym zimieśmieniu, że w tym zimieśmieniu, die Häftlinge diese Tötung mit Phenol selbst vorgenommen hätten und dass auf eine Beschwerde hin er, Claire, beauftragt worden sei, nunmehr diese Tötung eigenhändig vorzunehmen. Weil das aber in den Anfängen war, nämlich, wie Sie uns geschildert haben, von Oktober, November 1941 ab, musste ja damals, nach der Darstellung von Claire, die Tötung noch von Häftlingen, wenn auch in Anwesenheit und auf Befehlest, der durchgeführt worden sei. Oskarzony Claire twierdzi tutaj przed Sądem, dass von Anfang an die Fenolem von Fenolem durchgeführt wurden nur die Wiener, dass, nach dem Anfängen, später hat er das Polizien selbst durchgeführt werden. Weil das, was man sagt, hatte in den Anfang an, also von Października, listopada 1941, wie man sagt, bis zum Juli. Also, według opisu Oskarzonego Claire musiałby in diesem Zeitpunkt dokonywać zabitia welchenen z więźniów, pod oczywiście, w obecność Oskarzonego Claire. Czy pan to się zgod. To ist absurd, przecież. To ist absolutny absurd. To ze strony więźniów mogło być robione, powiedzmy, pod przymusem i z nakazu. Ale przecież nie mieli więźniowie celu żadnego, nawet czy pańszczyk, czy inni, powiedzmy, pańszczyk, żeby mieli z własnej inicjatywy, niby w jakim celu mieli dokonywać tych strasznych czynów. Das ist absurd, so etwas zu sagen. Wenn auch die Häftlinge, mal sagen wir, unter Zwang oder auf Befehl so etwas getan hätten, sie hatten aber doch gar keinen Grund, so eine furchtbare Tötung auf eigene Faust vorzunehmen. Das zu beurteilen, muss der Herr Zeuge dem Gericht überlassen. Uns kommt es darauf an zu wissen, ob er uns mit Bestimmtheit sagen kann, dass in der damaligen Zeit Claire derartige Tötung mit Injektion allein vorgenommen hat, nämlich, wie er vorhin gesagt hat, meistens war Claire allein, da war gar kein anderer im Zimmer. War kein anderer im Zimmer, muss es Claire allein gewesen sein. War ein anderer im Zimmer, kann er dann mit Bestimmtheit ausschließen, dass die Tötungen da nicht von dem anderen vorgenommen worden sind. Musi pan pozostawić sam fakt określenia, dass es absurdem ist, oder nicht. ist weiß, dass er Claire selbst schlief, oder nicht. In der Regel war Claire allein bei diesen Einspritzungen, es war nur höchstens zwei bis drei Mal, die ich hier gesehen habe, dass Panisch mit ihm zusammen gewesen ist. In der Regel war Claire alleine im Zimmer und alleine das durchgeführt. W różnej ilości, powiedzmy, zostawało, dajmy na to, jedna trzecia z ilości tej, która była, połowa w różnych, prawda, ilościach. No i poza tym widziałem fakt, powiedzmy, wynoszenia przez Obojskiego i Teofila ofiar Claire'a z sali operacyjnej, prawda, jak również chyba dwu czy trzykrotnie widziałem przy samym zabiegu Claire'a. W tym momencie raz, to było tak, że entres chyba wchodził. Wieliczki. Tak. Also nach diesen Eingriffen, natürlich in Einführungszeichen, wurde ich von Claire wieder in den Saal gerufen und ich sah dann erstens, dass aus der Phenolflasche, die ich dann aus dem Schrank herausgestellt hatte vorher, dass da in der Flasche die Flüssigkeit entnommen wurde. Es blieb manchmal ein Drittel oder die Hälfte davon, was ich vorher in der Flasche befand. Dann auch sah ich, wie die Opfer von Claire, von den beiden Leichenträgern, Obojskich und Teofil, ausgetragen wurden. In zwei oder drei Fällen habe ich auch die Akzion selbst... ...przez raz to było tak, że wchodzi... ...wiedziałem przez moment, prawda, sam fakt uśmiercania przez Claire'a. Jeden raz to było, to dokładnie pamiętam, wchodził entres. In drei Fällen habe ich die Tatsache der Tötung sekundenweise auch gesehen. In einem Fall ging Dr. Dr. Entres, lagerarzt, prawda, ja w tym czasie akurat byłem na korytarzu, kiedy on wchodząc uchylił drzwi, ponieważ stół operacyjny był vis-à-vis drzwi, widziałem Claire'a pochylonego nad chorym, prawda, ze szprycą przy piersi. In einem Fall war das so, dass Dr. Entres in den Operationssaal gekommen ist und eine Weile blieb die Tür angelehnt. Da der Tisch direkt gegenüber der Tür stand, sah ich den Claire über den Häftling gebeugt, mit einer Spritze in der Hand. Ja, hören Sie mal, vorhin haben Sie aber auf meine Frage, ob Sie diese Tötung auch einmal selbst miterlebt hätten. Nein, ich wurde immer hinausgeschickt, denn ich nehme an, dass ich noch so jung war und mit Rücksicht auf mein Jugendliches Alter, ich das nicht sehen soll. Przedtem, na pytanie Sądu, Pan powiedział, że Pan nie widział akcji uchmiercania, ponieważ, ze względu na Pana młodociany wiek, Pana Stare. W tym nie ma żadnej sprzeczności, bo Sąd mnie pytał, czy byłem obecny przy samym uchmiercaniu, a ja obecny przy uchmiercaniu, nadal to samo powtarzam, nie byłem ani razu. Nein, es ist kein Gegensatz und keine Diskrepanz mit dem, was ich gesagt habe. Auf die Frage des Gerichtes, ob ich bei der Tötung anwesend gewesen bin, habe ich geantwortet, nein, und das wiederhole ich nochmals. Bei der Tötungsaktion selbst war ich nie anwesend. Ja, also Sie wollen sagen, durch die offenstehende Tür, haben Sie aber ab und zu einmal beobachtet, wann Doktor, wenn Doktor Endres, Endres dort war und zugesehen hat. Więc chce Pan przez to powiedzieć, że Pan parę razy widział przez uchylone drzwi, kiedy Doktor Endres wchodził do pokoju, to wtedy Pan mógł obserwować chwilowo. Znaczy raz to dokładnie pamiętam, że to wchodził akurat Endres, pozostałe dwa przypadki, kiedy widziałem przez uchylone drzwi Klera i powiedzmy leżącego Heftlinga na stole, nie pamiętam po prostu kto wtedy wchodził do pokoju. Jestem pewny co do tego jednego przypadku, że to był Endres. Nie wiem, czy w pozostałych przypadkach, czy to był któryś z SDG, czy powiedzmy któryś z innych lekarzy obozowych. W jednym przypadku, że to był Doktor Endres, który wchodzi w szkole w szkole, a w tym czasie, jak w tym czasie nie wchodził, jak w tym roku w szkole klare, jak w tym roku w szkole klare się z tego, który w szkole w szkole w szkole. W dwóch innych przypadkach nie mogę powiedzieć, kto w szkole w szkole w szkole w szkole. Może w szkole w szkole w szkole w szkole w szkole. Ja więc tego rodzaju zabiegi obserwowałem, tak jak powiedziałem, do połowy lutego 1942 roku. Diese eingriffe beobachtete ich, wie ich bereits gesagt habe, etwa bis Mitte Februar 1942. Jeszcze chciałem dodać taką, wracając do tych rzeczy, które mówiłem na początku o moim dostaniu się na Heftlingskrankenbau, że po stwierdzeniu tuberkulozy miałem dokonywaną, co tydzień dopełnianą odmę płuc, robioną przez doktora Okońskiego albo przez doktora Giszewskiego, z tym, że to dopełnianie z naturalnych... Okoński. Okoński. Albo Suliborski jeszcze też był przy tym, że naturalnie odbywało się w tajemnicy przed władzami obozowymi i odbywało się to dopełnianie odmy w ten sposób, że jeden lekarz dopełniał mi odmę, drugi lekarz stał na korytarzu przy drzwiach, patrząc, czy nie ma nikogo z załogi obozowej na bloku, a trzeci stał przy wejściu na blok, żeby w momencie, kiedy ktoś z SS wejdzie na blok, żeby zdążyli wyjąć mi igłę z piersi, dlatego, że gdyby to stwierdzono, Kler przy nienawiści, jaką mną darzył, na pewno by skorzystał z okazji, żeby mnie zaszpilować. Jak już powiedziałam, została tuberkuloza. Danach bekam ich jede Woche od polnichów, to były Giszewski, Okoński i Czulikowski, to zostało mi Stiella i 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 Stiella. In jak tutaj musela Sultan повторowany spusRighto, toарищ mną i Stiella 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 II. już muscono Creatnowy się poniesHz покryboy, co Ц inability opracinac Worksite inform ma informację od Now też dokorzyma. vorhin, dass solche Arztbesuche, wie sie sich ausdrücken, stattgefunden hätten, bei denen ein Arzt in Gemeinschaft mit Claire Leute ausgesucht hätte. Um welche Ärzte handelte es sich dabei? Handelte es sich dabei um Lagerärzte, also um SS-Ärzte oder um Heftlingsärzte? Mówił pan na początku, że widział pan wizyty Lekarzy, których obywali w obecności oskarżonego Claire. Czy, upominając Lekarzy, ma pan na myśli SS-Lekarzy czy Lekarzy węgniów? Lekarzy, Lekarzy, SS. Ich meine den Lagerarzt, den SS-Arzt. Kam es auch vor, dass Claire ohne Anwesenheit eines SS-Arztes derartige Auswahl vornahm? Czy zdarzało sie, dass Claire selbst, nie w obecności Lekarzy, samodzielnie dokonywał tego rodzaju wybiórki? Zdarzało sie, tak, ponieważ zwykle było wiadomo, czy któryś z Lekarzy SS-Lekarzy ist obecny. Nieraz po południu szczególnie było tak, że żadnego z Lagerarztów nie było na terenie obozu. A Claire sam dokonywał selekcji, sprowadzał tego samego dnia, powiedzmy, w ciągu godziny dwóch tych więźniów i odbywało się wówczas sprycowanie. To wskazuje na to, że to były selekcje dokonywane indywidualnie bez Lekarzy. Es kam vor, nachmittags, man wusste ganz genau, dass kein Lagerarzt sich auf dem Gebiet des Lagers befindet, und Claire hatte dann auf eigene Faust einige Häftlinge ausgesucht und unmittelbar danach sie getötet. Daraus kann man mit Sicherheit sagen, dass Claire das ohne einen Arzt selbst vorgenommen hat. Haben Sie das selbst gesehen? Czy Pan to sam widział? Tak jest, widziałem. W takie przypadki, kiedy wiedziałem, że nie ma Lagerarztów w obozie, prawda, aż pracowanie odbywało się. Czy Pan sam widział taką selekcję, którą przeprowadzał Claire samodzielnie? Gdybym sam moment selekcji widział, to musiałbym być w obecności Claire. A z więźniów nigdy, a tym bardziej ja nie asystowałem przy selekcji. Ich bin selbst bei so einer selekcji nicht da gewesen, weil ich hätte dann in Gegenwart von Claire dabei sein müssen. Aber ich weiß, dass es zu dieser Zeit die selekktion stattfand, zu der kein Arzt sich im Lager befand. Ja. Und wieso wissen Sie, dass diese selekzion stattfand, wenn sie nicht dabei waren? Könnt, dass Pan wie, dass Pan nie war, dass diese selekzion stattfand war? Weil die Abspritzungen an diesem Tag stattfanden. Und wieso konnten das nicht Leute sein, die vorher an einem anderen Tag oder am Vormittag von einem Arzt ausgewählt worden waren? Dlaczego Pan wyklucza możliwość, dass die Leute, die zu spielen waren, nie wurden wähliert den Tag vor dem, durch den Lager? Es gab случаile, in denen Claire von Block 21 selbst die Häftlinge brachte, die zur Abspritzung vorgesehen wurden. Ja. Ich meine nur, wieso wissen Sie, dass es sich bei diesen Häftlingen um solche handelte, die Claire unmittelbar zuvor selbst und ohne Anwesenheit eines Arztes ausgewählt hat? Ich möchte nur, ob Sie wissen, dass Claire die Leute, die sie vor dem Anwesen hat, vor dem Anwesenheit ausgewählt hat, ohne Anwesenheit ausgewählt von Leer? Vielleicht, dass es solche Anwesenheit gab, aber ich konnte nicht wissen, dass es so eine Anwesenheit des Arztes ausgewählt hat. Aber ich konnte davon nichts wissen. Sie konnten davon nichts wissen. Ja, das waren diese Tötungen, die Claire im Block 28 durchgeführt hat. Wissen Sie auch, ob er später im Block 20 oder 21, ich weiß jetzt gar nicht, 20, ja, auch noch solche Injekzionen gemacht hat? To dotyczy zabicia na Block 28. Czy Panu jest to świadome, że on później dokonywał zabicia na Block 20, czy 21? Że później dokonywał, czy nie. Wiem o tym z późniejszych już relacji, prawda, współkolegów, że później odbywały się te szpilowania na Block 20, czy 21. Ale w tym czasie nie wiedziałem, czy takie szpilowania odbywały się na tym Blocku i nie wiem, czy się w tym czasie odbywały. Raczej przypuszczam, że w tym czasie odbywały się tylko na Blocku 28. Nie, później, później. A to później, to wiem z relacji późniejszych. Was später geschah, das weiß ich lediglich von Informationen, die mir von den Kameraden gegeben wurden. Zu meiner Zeit, da ist mir nur von dem Block 28 bekannt, ob sich da woanders was abspielte, das weiß ich nicht. Dann möchte ich Ihnen noch Folgendes vorhalten. Sie haben gesagt, bei Ihrer schriftlichen Mitteilung, manchmal befahl mir Claire, mich beim Blog-Eingang zu postieren und niemanden hineinzulassen. Pfleger Panczyk, der beim Töten mitmachte, aufgerufen, also die wartenden Häftlinge wurden damals einzeln von Claire oder Pfleger Panczyk, der beim Töten mitmachte, aufgerufen und in den Operationssaal hinein geführt. Nach dieser Aussage sieht es doch so aus, als ob der Panczyk immer dabei gewesen sei. W swoim, wtedy pisemnym meldunku powiedział Pan, że czasami dostała Pan polecenie od Claire'a stać przy wejściu, nie wpuczeć nikogo i że wówczas więźniowie, którzy byli przeznaczeni dla szpilowania, byli wywoływani przez, bądź to przez Claire'a, bądź to przez Panczyka i przychodzili do, przychodzili w zale. Więc z tego by wynikało, że Panczyk był zawsze obecny przy szpilowanie. Nie, w tych przypadkach, w których był Panczyk. Nein, das war nur in diesen Fällen, in den Panczyk dabei gewesen ist. Ja, und Sie sagen in vielen Fällen, und Sie sagten vorhin sogar wörtlich, in der Regel war Claire allein. Tak jest. Poprzednio Pan powiedział, w wielu wypadkach, z reguły nawet uszył Pan tego zwrotu, był Claire, sam jeden. Tak. Jawohl. A das Gericht noch war. Keine Fragen mehr. Bitte schön. Kto to jest? Jak było imię Obojskiego? Eugeniusz, a koledzy go nazywali Kasia, ze względu na to, że miał przy swoim dużym wzroście twarz młodej dziewczyny rumianej. Kasia. Eugeniusz, a koledzy go nazywali Kasia, ze względu na to, że miał przy swoim dużym wzroście twarz młodej dziewczyny rumianej. Aber er wurde von den kameraden Kasia, also mit einem Mädchennamen gerufen, weil er, obwohl groß und stark, ein ausgesprochen, mädchenhaftes Gesicht hatte. War er zu ihrer Zeit immer leichenträger oder war noch was anderes? Czy on za Pana Czasów był zawsze truponoszem, czy był jeszcze kimś innym? On był przy mnie, jestem raczej pewny, że był truponoszem. Ich bin eher sicher, dass er ja leichenträger zu meiner Zeit. Zu ihrer Zeit, ja. Za Pana Czasów. Tak, za moich Czasów. Und als im Block 28 kam, hieß der da auch schon Block 28, hieß der da noch anders? Kiedy Pan przyszedł do Block 28, czy on się wówczas nazywał Block 28, czy on się wówczas nazywał inaczej? Nie, to był już Block 28, to już była posmianie numeracji. Nein, der hieß schon damals 28. Hieß da schon 28. Damals war das bereits nach der Änderung. Das war schon nach der Änderung. Tak. Dankeschön. Herr Staatsminister. Herr Rechtsstał. Herr Rechtsstał. Herr Dr. Kaul. Keine. Bitteschön. Ich habe keine. Keine Frage. Wie ist es mit Verteidigungen? Herr Rechtsstał Kölner. Herr Zeuge, was geschah denn mit den Kranken in dem schmutzigen Saal des Block 28, während diese Dinge vorgenommen wurden? Co się działo z Chorymi na Blocku 28 wówczas? Moment, Herr Rechtsstał, ich weiß nicht, ob Sie hier ganz klar sehen. Dieser Saal 28 war an sich ein Operationssaal. War kein Krankensaal. Wieder? Ein Ambulanzsaal. Ein Operationssaal. Also da lagen keine Kranken drin. Gut. Lea behauptet, dass im Anfang die Phenoleinspritzungen nicht in diesem Saal vorgenommen worden sind, sondern im Keller von Block 28. Ich habe von solchen Fällen gehört, aber ich habe sie nie persönlich gesehen. Es kann sein, dass es auch dort sich abspielt. Wenn Sie wieder zurückgerufen wurden in diesem Operationssaal, waren da die Leichen schon von den Leichenträgern weggetragen oder noch nicht? Ich habe das bereits sowohl in meiner schriftlichen Aussage als auch heute gesagt, dass unmittelbar nach der Tötung die Leichen von den Leichenträgern fortgetragen wurden. Es war doch nie so, dass der nächste kranke Leiche vorfand, nachdem er in den Saal ging. Der Sinn meiner Frage ist ein anderer. Ich will wissen, ob der Zeuge den Abtransport der Leichen selbst gesehen hat. Die Leichen wurden also an ihm persönlich vorbeigetragen von den Leichenträgern. Truppen waren über den Kranke, die leichen der Leichen über den Kranke. Trenge durch den Kranke, durch den Kranke, durch die Leichen aus dem Saal, eine Menge Meter durch den Kranke. und dann links durch den Seitenausgang oder Eingang hinaus. Keine Fragen mehr. Claire, bitte schön. Herr Dr. ich möchte noch eine kurze Erklärung abgeben. Die Beschuldigung, die mir vorgeworfen wird, bestreite ich. Ich bin im Herbst 1941 nach Auschwitz gekommen. Da waren meine Vorgänger Sicklinger und Ulst Neber da. Da fanden bereits Selektionen statt und auch Injektionen. Und die Injektionen wurden niemals in den Ambulanzraum durchgeführt, sondern die Injektionen wurden, die Häftlinge wurden runter in den Keller geführt. Das habe ich ja schon bei meiner Vernehmung zur Sache angegeben, wo ich festgestellt habe, dass Injektionen durchgeführt wurden, indem ich gesehen habe, dass nackte Häftlinge in den Keller geführt worden sind. Und daraufhin bin ich nachgegangen und habe festgestellt, dass die Injektionen durchgeführt worden sind. Und der Häftling Panschik, der hat im Block 28 keine Injektionen durchgeführt, sondern der Häftling Panschik war im Block 28 als Ambulanzarzt tätig. Und die Injektionen wurden von den Häftlingen durchgeführt. Ich habe im Jahre 1941 noch keine Injektionen durchgeführt. Da wurde die Injektion nur von den Häftlingen auf Anhörung des Lagerarztes durchgeführt. Aufgrund, wie ich schon in meiner Vernehmung angegeben habe, wo ich festgestellt habe, dass Häftlinge von den Rapportführern hintergeschickt worden sind, von Rapportführer Panschik, dass ich gemeldet habe, aufgrund dem habe ich erst den Befehl gekriegt, die Injektionen durchzuführen. Ja, also der Zeuge hat uns jedenfalls das erzählt, was er mit gutem Gewissen glaubt, uns als eigenes Erlebnis aussagen zu können. Wollen Sie dem Zeugen das noch kurz mitteilen? Ja. Oskarzony twierdzi, dass er niemals nie dokonywał, dass er in jesienien, auf Block 28, dass er gesehen hat, dass er die Injektionen durchgeführt wurden. Er wusste, dass er in der Injektion durchgeführt wurde. Panschik war lekerin auf Block 28. Panschik war nicht lekerin. Also erstens, mein Panschik war niemals ein Arzt. Ja. Was war denn Panschik? Nie wiem, was er war z Zawodu, aber ich weiß, dass er lekerin nicht war. Was er vom Beruf war, das weiß ich nicht, aber ich weiß lediglich, dass er Pfleger im Typhus-Saal gewesen ist. Ja, nun hatte man ja wiederholt Ärzte auch zu Pflegern eingeteilt. Da schaue ich jetzt nicht schönste für Patkische Pflegeräme, Pilenherjami, so dass er nicht so groß war. Im Krankenbau war nicht so groß, dass man die alle nicht kannte. Und man nannte sie auch mit dem Titel, also Herr Doktor oder Kamerad Arzt und die anderen Pfleger eben halt nur mit Kamerad. Also man wusste ganz genau, wer von den Pflegern, oder mit Vornamen, man wusste ganz genau, wer von den Pflegern Arzt gewesen ist. Also uns kommt es ja nur darauf an, hier festzustellen, dass der Angeklagte Claire sagt, ich habe im Jahr 1951 überhaupt noch keine Injektion, 41, noch gar keine Injektion durchgeführt. Damals wurden die Injektionen noch durch Pfleger oder Pflegerärzte oder sonst jemanden oder Heftlinge überhaupt durchgeführt. Und diese wurden damals im Keller noch ausgeführt. wurden durch Pflegeräte oder Pflegeräte oder Pflegeräte durchgeführt. Und dass die Zerstörung durchgeführt wurden durch Pflegeräte durchgeführt. Ja, es ist so, wenn das so gewesen wäre, dass die Heftlinge das selbst getan hätten, dann hätte man erstens davon gewusst und zweitens die Lage Ethik hätte dann von uns, von Heftlingen verlangt, dass sie sich isolieren von solchen Menschen, von solchen Heftlingen, die das durchführen. Und ich hätte davon dann gewusst. Natomiast, jeśli chodzi o osobę Pańszczyka, to on był, to on był w pewnym sensie izolowany i uważany za parszywą owcę. Was gerade Pańszczyk anbetrifft, so wurde ihr isoliert und man hat ihn so wie ein schwarzes Schach behandelt. Sind sonst noch von Seiten der Verteidigung oder der Angeklagten Erklärungen abzugeben, Fragen zu stellen? Nicht mehr. Können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Wollen Sie den Eid in religiöser oder in bürgerlicher Form ablegen? Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Dankeschön. Ist gegen die Entlassung des Zeugen etwas einzuwenden? Nein. Dann wird der Zeuge im allseitigen Einverständnis entlassen. Sie können wieder gehen. Ja. Ja. Gleich. Ist der Zeuge Prokop schon da? Er ist da. Er ist da. Der Zeuge Prokop. Ich schwöre es. Er ist da.